Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier bei What Remains of Edith Finch. Ich bin gerade noch ein bisschen platt, ich musste mir gerade eine Pause nehmen nach dem, was wir hier gesehen haben. Ich habe es kommen sehen. Es ist, gehen wir weiter. Gucken wir mal, was wir weiter oben finden. Sie hat die Zeit, bevor wir uns nachdenken, zu erzählen Edith. Ich bin nicht sicher, ob sie es eher leichter oder leichter wollte. Ich bin nicht sicher, ob wir uns nachdenken, aber ich verstehe, warum wir uns nachdenken. Dawn Finch. Dawn Finch. Meine Mutter hat alles hinterlassen. Ich bin nicht sicher, was wir uns nachdenken, was wir uns nachdenken, was wir uns nachdenken, was wir uns nachdenken. Ich weiß gerade nicht, ob ich bereit für bin. Aber wir sind in unserem Zimmer, im letzten Zimmer, im obersten Stockwerk, dieses zusammengeflickten, zusammengeschusterten Objektes. Hier sehen wir die Pappmaschee-Figuren. Das ist unser Haus. Na, die Pappmaschee-Figuren sind aus dem, aus der Traumwelt. Da ist der Prinz. Da ist die Jagd, da ist der Drache, glaube ich. Zauberstab, äh, der Pinsel, der Helm. Hier kommt nochmal alles zusammen. Okay. Okay. That whole last day, Edie just watched his pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said... To our final night together. And all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific... Edith, I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Und so stehen wir hinter geschlossenen Türen. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom said the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Natürlich hat sie das. Und so sind wir auch tatsächlich... Im letzten und wahrscheinlich... ...wichtigsten Raum. Und so sind wir tot, weil du deine Geschichte warst. Ich denke, es ist besser, wenn wir Edith und ich nachdenken. Wir werden die Krankenhäuser senden eine Van für dich in der Morgen. Okay? History of the Finches by Edie Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you. But there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Oh. Wir gehen zum Haus. Es war der erste und letzte Mal, dass ich das alte Haus aufgeräumt gesehen habe. Es gab ein Erdbeerbächer im Mittelfeld des Ozeans. Sie nannten es die höchste Tide in 1000 Jahren. Oh Gott, es riecht so extrem. Oh Gott, es war der Kielfass. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Oh nein. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed, but when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me, or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it, let go! Come on, give it to me! I didn't scream, but... Mom drove me to the car. I never saw great-grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. And the rest happened pretty quickly. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. The last finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. You go bored? But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask. But I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. You have, okay. Yay. Do the rest of the day cameo. Good luck. You have a great day, sir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wow Was für krasse drei Stunden Ich glaube es waren ungefähr drei Stunden Was für eine Fahrt Unglaublich Sehr cool, danke an all diese Leute Hier, meine Spiel ist ja schon, das gibt es ja schon Eine Weile, aber Ist sehr schön gemacht Das ist sehr komisch Bilder von, also Kinderbilder von anderen Leuten zu sehen Wow 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 Die end The end Krass Jetzt haben wir auch den kompletten Baum Ich glaube ich muss das erstmal sacken lassen Ich habe gerade gar keine Worte dafür Also Weil Lewis hat mich dann Hat es mich dann Komplett rausgekickt Wahrscheinlich auch, weil ich so eine Art Träumer bin Aber Das gepaart mit noch Wie es für mich schien Depressionen Etwas, was tiefer liegt Das ist krass Also bei Lewis hat es mich dann halt total rausgekickt Das, da war es dann vorbei für mich Es gab so einige Geschichten hier Wo ich mir sage Wow Aber trotzdem mega schön Es war mega schön Dieses Erlebnis mit euch zu erleben Ich hoffe euch geht's gut Ich hoffe Ihr habt einen schönen Tag Wir sehen uns demnächst Danke fürs Zuschauen Danke für ihren Support Danke für alles Ja, genießt euer Leben Genießt Jeden kleinen Moment Denn diese Momente gibt es nur einmal Und wir können diese Momente nicht wiederholen Wie hier Wo uns jetzt eine Option gegeben wird Es ist wichtig zu genießen Alles klar Bis dahin Macht's gut Euer Floki Ciao Ciao Untertitelung des ZDF, 2020